Jaaaa! Ihr wisst Bescheid? Wollt ihr das hören? Jaaaaaaa! Auch wenn ihr neins seid, dann wärs egal. Ich mach hierfür alles nur zum Wohle des Volkes! Sau! Ist wichtig, so! Wir haben keinen Bock. Wir machen mal Müll gesparen. Ja, sehr schön, der Mulde ist auch schnell abgegossen. Ihr habt eine Eintrittskarte gekauft und das bedeutet wiederum Der Kauf-Ein-Eintrittskarte verpflichtet zur Teilnahme am kulturellen Du bist echt Mann mit der Stimme. Hat er gestern einen ganzen Tag geprobt. Eine Flasche Whisky hat er geprüft. So, seid ihr bereit? Kostümler Hi Clopper. Ja? 啦, ja Rütteln Rütteln Musik 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 Applaus